Sieger auf Mathe 3 wurde Elias Bullich, Preußen Berlin. Nächste Fahrer, Mathe 3, Kampfnur 32, Henning Müller, Potsdam gegen Ruben Wellmann, Hoppegarten Berlin, Mathe 3. Sieger auf Mathe 2 wurde Nils Schreier-Aue. Nächste Fahrer, Mathe 2, Kampfnur 33, Tom Engelmann, Mansfeld gegen Ming-Ming Hu, Preußen Berlin. Mathe 1 wurde Sieger Lionel Nitschert, Preußen Berlin. Nächste Fahrer, Mathe 1, Kampfnur 34, Bidja Hart, Jammenglauch, Luftfahrt Berlin, Geheliostübner Brökenweide, Mathe 1. Kassier, Mathe 2, Kampfnur 34, Bidja Hart, Jammenglauch, 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 Jammenglauch. Oh, 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 oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR